Ihr wisst doch noch, dass ich erzählt habe, dass ich bei meinem Onkel Jacob arbeite. Es ist eine Wellness-Klinik mit Massagen und Reinigung. Wird das wehtun? Sie werden nichts merken. Patienten werden wie bei einem Exorzismus von den Dämonen befreit. Das sind vier in einem Monat. Wir hatten noch nie vier in einem Monat. Ich werde das Gefühl nicht los, dass bald etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Etwas wirklich Schlimmes. Hey, was zur Hölle machst du? Weißt du, wie spät es ist? Was zur Hölle machst du? Wir haben noch nie Weihwasser für eine Reinigung gebraucht. Sieht aus, als müssten wir die ganz großen Geschütze auffahren. Betätet nicht das Innere des Kreises! Was passiert hier? Westenkörper ist das! Westenkörper 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 Westenkörper